The Lords and Don't Mince Matter, eine von Ihren neuesten Platten, eine sehr gute. Die letzte Platte war die Rückseite von diesem Late Last Sunday Morning oder Saturday, Sunday Evening. Sie heißt Have a Drink on Me, das kennen Sie bestimmt schon. Cherry, how are you this evening? Wie geht's dir? Sehr gut, danke. Wie geht's dir? Ich komme immer in deine Fußpedal hinein, ne? Ja. Fantastisch. Du, was wollen wir für Musik heute machen? Ich glaube etwas von deiner Heimat. Von meiner Heimat? Was soll das? Ja, Texas. Ja, Texas. A little hillbilly Musik machst du heute? Ja, ein bisschen hillbilly. Red River Valley. Don Story and Cherry Wiener, Red River Valley. Viel Begnugum.